Moin, hallo und herzlich willkommen. Matz wieder am Start und wir haben wieder zwei Quests auf Lager. Die eine nennt sich Anästhesia oder Anästhesia? Ne, ich glaube Anästhesia oder so, oder? Das ist, wir müssen irgendwelche medizinischen Dinge markieren für Prator und die andere ist Punisher Part 1, da müssen wir 15 Skeps mit einer AKM Serie, also einer Waffe aus der AKM Serie erschießen. Aber ein bisschen zappelig unterwegs, bis er es dann aufgegeben hat. So, arbeiten wir uns mal langsam zum Pier vor, würde ich sagen. Mal schnell nachklippen. Es gibt bisher auch nicht mehr das, was es mal war. Viel ist ja nicht raus, aber besser ein volles Mac als dann im Notfall gar keins. Gut, drei Skepsis. Hallo. Oh, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet jetzt. Also vier Skepsis haben wir jetzt schon. Boah, jetzt war ich mir komplett überrascht. Ja, jetzt war ich ja gar nicht mehr. Ja, jetzt war ich ja gar nicht mehr. Ich bin 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 ja gar nicht mehr. Das ist nicht da. So, jetzt mach ich die hinsetzen hier. Was? Was? Déjà-vu. Mann! Hm. Das ist nicht da. Das ist nicht da. Okay, hier ist keiner, aber sollten wir uns nicht allzu lange hier aufhalten. Das ist nicht da. 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 Dumme Mausäuber. Das ist nicht da. 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 meine zweite heute was ist da los du was zu trinken eins geht so Wieso, ich bin einfach tot. Mk47 aber schon gut runtergewirtschaftet. Ich pack die doch mal da rein. Alter, ich bin schon wieder zu fett. Was wiegt die? 2,4 und die? 4,6. Okay, warte mal kurz. Das macht keinen Unterschied. Ich hätte gedacht, das macht einen Unterschied. Das 60er Max, Alter. Alles da, was das Herz begehrt. Gut, dann natsch ich jetzt langsam mal raus. Dann kommen wir nochmal zurück. Komm, wir können ja schon mal jammertieren. Okay. 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 Wo soll ich denn hier was markieren, Alter? Oh, ich raste gleich aus schon wieder. So, ja. So, ja. Der hat noch ein Smale. Oh, was? Okay. 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 Das war's für heute. So, dann haben wir da vorne vielleicht noch 1-2 Steps. Einen vielleicht auf der Insel oder so. Dann nehme ich dann die Hälfte schon weg. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Scheiß alles hinführen soll. Ich schleppe immer raus, den schleppe immer raus. Ich verkaufe auch schon, aber einiges hebe ich erstmal auf. Weil ich will ja nicht nur ständig im Verkaufsraum sitzen, also im Flohmarkt. Ich dachte, da steht einer. Da steht auch einer. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zwei Bärs, 90 Kaps? Nur da haben wir doch schon über die Hälfte. So, dann den Rest holen wir jetzt klein.